Mit weihnachtlichen Klängen gespielt vom Posaunenchor der Stadtkirchengemeinde Gera begrüßte man die Besucher Freitagnachmittag am Hauptbahnhof. Denn alle Jahre wieder, und das schon seit 1990, erwartet man hier einen ganz besonderen Zug. Am Tag vor Heiligabend, kurz nach 13 Uhr, war es dann soweit und das ORF Friedenslicht traf in der Ostthüringer Stadt ein. Seit 1986 wird das Licht in Bethlehem in der Weihnachtszeit entzündet und gelangte vier Jahre darauf über Linz auch das erste Mal nach Gera. Dabei steht es als Symbol nicht nur für den Weltfrieden, sondern auch für den inneren Frieden eines jedes Einzelnen. Die weihnachtliche Botschaft wurde in diesem Jahr an insgesamt 232 Bahnstationen verbreitet. Um das Friedenslicht drehte es sich auch 17 Uhr an der Puppenbühne. Dort herrschte einiger Andrang, als das Türchen mit der 23 drauf am Eingang zum Gebäude geöffnet wurde. Im Rahmen einer Feierstunde gab es noch so einiges zum ORF Friedenslicht zu erfahren und der 13-jährige Erik von der Feuerwehr Langenberg entzündete die kleine Flamme für den Frieden. Weihnachten kann nun also kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017